Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu FIT vor der Arbeit. Zwölf Minuten. Wir sehen uns jetzt hoffentlich die nächsten fünf Tage, entweder vor der Arbeit oder vor dem Tag oder vielleicht auch mittags oder nachmittags, was auch immer du heute machst. Mach mit und mach dich heute aktiv für den Tag. Deshalb richte dich gleich auf, dass deine Schultern nach hinten unten fallen. Ganz locker. Du kannst dich auch erst mal durchschütteln und dann roll die Füße ab von der Fußspitze auf die Ferse. Ganz bewusst Fußgelenke bewegen. Wir aktivieren unsere Waden, Venenpumpen, die das Blut in den Körperkreislauf zurückpumpen. Deine Arme gleich ganz locker mitnehmen. Und vielleicht kannst du dir eine Krone auf deinem Kopf vorstellen, die dich nach oben streckt und dich aufrichtet. Nase ein, Mund ausatmen. Dann nimm deine Hände zu den Schultern und kreis gleich mal die Ellbogen mit nach hinten. Deinem Rhythmus. Schultergelenke mobilisieren. Dann streck die Arme zur Seite aus. Ganz fest die Finger spreizen und geh am Platz jetzt. Roll die Füße auch hier wieder bewusst ab. Schultern tief. Finger auseinander. Handflächen nach außen schieben. Und jetzt deine Hände einmal auf und zu machen. Ganz bewusst. Die Finger bewegen. Wenn der Nacken verspannt, die Arme zu schwer werden. Dann mach kurz eine Pause. Lockere aus und mach dann wieder weiter. Ansonsten ein bisschen noch durchhalten. Spürst du die Kraft. Unterarme und Schultern. Die letzten vier noch. Noch drei. Noch zwei. Noch einen. Und die Arme. Hände so richtig ausschütteln. Sehr gut. Komm ein bisschen nach links und mach einen Schritt nach rechts. Und tippe ran und nach links. Großen Schritt. Ganz locker. Immer wenn du jetzt nach rechts gehst, gehst du mit der rechten Hand um deinen Kopf und links rum. Rum. Nochmal die Schultergelenke schön durchbewegen. Sehr gut. Nochmal beide Hände um den Kopf. Nochmal Kopf. Langsamer werden. Einmal nach rechts. Bleib stehen. Nach links. Bleib stehen. Tief ziehen die Schultern. Nach rechts. Runter. Und jetzt nochmal ohne Arme. Und jetzt gehst du rechts ein Stück tiefer. Handflächen zeigen Richtung Decke. Rücken gerade und gerne ganz nach unten gehen. Dann wechselst du. Gerade rücken. Und nochmal wechseln. Mach mal weiter. Ich zeige es dir seitlich. Richtig tief setzen. Und Seite. Beinkraft. Seite. Und tief. Und Seite. Und natürlich auch Balance. Schon Gleichgewichtstraining hier. Wenn die Füße ganz eng zusammenstehen. Geht. Nimm deine Arme jetzt ein bisschen anders mit. Schau mal. Die Daumen zeigen nach oben. Schultern hinten zusammenziehen. Die Schulterblattspitzen nach hinten unten. Für den Rücken. Noch mal. Und jetzt bleib dann hier. Stopp. Halte. Richte dich auf. Komm nach oben. Streck dich. Einatmen. Ausatmen. Und jetzt heb ein Bein an. Noch mal ein zur Mitte. Aus. Und anderes Bein. Ein. Und aus. Versuch. Dein Gleichgewicht zu finden. Punkt fixieren. Irgendwo. In Augenhöhe. Wenn wir unser Gleichgewicht schon in der Früh trainieren. Dann macht uns das auch wirklich frisch. Das Gehirn wach. Den Körper wach. Alle Stellungsmelder an den Gelenken. Alle tiefen Muskeln müssen aktiv werden. Halte jetzt ein Bein. Halte jetzt ein Bein. Stopp. Nimm den Unterschenkelrücken nach vorne. Und mach mit dem Unterschenkel ganz kleine Bewegungen nach rechts und links. Bring dich aus der Mitte. Bleibende Aufrichtung. Und einatmen. Andere Seite aus. Halten. Aufrichten. Unterschenkel bewegen. Weiter atmen. Geht noch. Super. Ganz langsam wieder zurückkommen. Einatmen. Kurz strecken. Recken. Handflächen. Handrücken nach oben. Und gleich weiter gehen. Arme locker lassen. Knie nach oben ziehen. Und jetzt hol deine Ellbogen mit nach oben. Gehe ganz bewusst. Als würdest du draußen walken. Und ziehe jetzt im Wechsel deine Knie nach oben. Einmal rechts. Einmal links. Und immer wenn dein rechtes Knie nach oben kommt, kommt jetzt dein linker Ellbogen mit Richtung Knie. Beide Gehirnhälften verknüpfen. Die Wirbelsäule bewegen. Super. Jetzt nimmst du die Hand zum Fuß. Dann hast du schon etwas mehr dein Hüftgelenk bewegt. Komm rück weiter in die Grätsche. Den Unterschenkel nach innen drehen. Könnte etwas schwierig sein. Und dann nach hinten. Hand zum Fuß. Zurück. Super. Nochmal nach vorne. Viermal. Und wenn du kannst, nach hinten fliegender Wechsel. Nach vorne nochmal. Nach hinten. Nach vorne. Nach hinten. Letztes Mal noch. Nach vorne. Nach hinten. Da bleiben. Ganz ohne Arme. Tippe jetzt außen auf. Und schwing deine Arme. Von rechts nach links. Richtig schön groß. Wenn du mit dem rechten Arm schwingen. Noch einmal. Halte dann oben. Stopp. Und versuch, das Bein in die Luft zu nehmen. Versuch dich hier zu halten. Und wechseln. Super. Andere Seite. Locker. Und dann beim nächsten Mal bleibst du Stopp. Hier halte dich in der Balance. Atmen. Und nach unten komm. Und rechts und links um deinen Körper schwingen. Ferse heben. Lass so richtig locker jetzt die Arme um deinen Körper pendeln. Kleiner werden. Immer noch um den Körper. Becken stabil. Dann noch kleiner werden. Zur Mitte kommen. Einatmen. Zur Decke. Ausatmen. Ausatmen locker. Einatmen. Nochmal aus. Ein. Langziehen. Gähnen. Öffnen deine Arme. Zieh die Ellbogen jetzt ganz weit nach hinten. Öffne dein Brustbein. Denk im Alltag jetzt öfters mal an deine Haltung. Lass die Schultern hinten unten. Lass deine Arme ganz langsam sinken. Nochmal ausatmen. Schultern hoch. Ein. Tief. Aus. Hoch. Ein. Tief. Gleich nochmal. Ein. Und. Entspannen. Wie fühlst du dich? Aktiviert. Wie stehst du? Spürst du Großzehenballen, Außenkanten, Fersen? Sind deine Knie so ein bisschen durchlässig? Ist dein Brustbein gehoben? Hast du auf deinem Kopf die Krone? Also Hausaufgabe. Immer mal wieder dich aufrichten. Das entspannt schon den Nacken. Und macht auch gute Laune, finde ich, wenn man aufgerichtet durch den Tag geht. Schön, dass du dabei warst. Und wie vorher schon erwähnt, gerne natürlich auch morgen wieder dabei sein. Vielleicht hast du auch Lust, die ganze Reihe weiterzuleiten an jemanden, der sich auch bewegen möchte. Freue mich, wenn sich ganz viele Menschen mitbewegen. Da oben bei dem Infopunkt findest du die ganze Reihe. Vielen Dank, wenn du meine Arbeit wertschätzt möchtest. Den Link findest du da unten in den Beschreibungen. Da steht deine Unterstützung. Klick einfach drauf und wähl aus, mit wie vielem Monat du das gerne machen möchtest. Vielleicht 5 Euro, 2,50 Euro, 10 Euro, was auch immer es dir wert ist. Und natürlich freue ich mich, wenn wir uns ganz einfach so beim nächsten Workout wiedersehen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.